Bei manchen Befehlen im AutoCAD sollte man die richtige Objektauswahl verwenden und so ein Befehl ist das Strecken. Der Streckenbefehl, den finde ich hier im Ändernmenü und er klickt vielversprechend. Er kann ganze Geometrien, Strecken verändern oder auch korrigieren. Für unseren Fall werde ich diesen Streckenbefehl nun aktivieren und ich werde aber mit einem grünen Kreuzenfenster beginnen. Also mit so einem Fenster und nicht mit einem blauen Fenster, das nur die enthaltenen Objekte markiert. Ich möchte jetzt diesen linken Bereich der Wohnung um einen Meter vergrößern, also nach links vergrößern. Und deshalb werde ich versuchen, alle Griffe, respektive alle Objekte hier zu markieren, aber nicht auch diese Wand, die soll ja bestehen bleiben. Ich denke, das ist mir gut gelungen. Ein grünes Kreuzenfenster ist das auch und mit Enter werde ich diese Objektauswahl beenden. Den Vektor für das Strecken definiere ich jetzt hier außerhalb und auch das mache ich im Orto-Modus, respektive in der polaren Spur. Und wenn ich hier sehe, dass es gerade nach links geht, sage ich 100 Enter. Das Ganze hat jetzt super funktioniert und selbst die Quadratmeter können nach einem Regenerieren, also RG Enter, aktualisiert werden. Wieso das jetzt so gut funktioniert hat, möchte ich mir aber jetzt genauer ansehen. Und zwar werde ich dazu einige Rechtecke zeichnen. Rechteck finde ich hier oben und mit einem Klick hier links und rechts oben einem weiteren Klick zeichne ich so ein Rechteck. Mit Enter werde ich diesen Befehl wiederholen und zeichne damit so einfach zwei, drei Rechtecke übereinander. Wenn ich nun zwei davon markiere, sagen wir diese beiden, kann ich ja jeden Griff in die Hand nehmen und um einen gewissen Vektor nach rechts oben versetzen. Das ist natürlich nicht genau geworden, weil ich nicht jedes Mal den gleichen Vektor verwende. Deshalb werde ich wieder mit Retour das Ganze zurücknehmen. Sollte ich aber wissen, dass man auch mehrere Griffe gleichzeitig markieren kann, dann könnte ich mit noch einmal grünem Kreuzenfenster gedrückter Shift- oder Umschalttaste mehrere Griffe hier markieren. Jedes Mal draufklicken, dann lasse ich die Umschalttaste los und nehme jetzt einen Griff in die Hand und kann diesen in eine Richtung zerren und alle folgen diesem ersten Griff. Nichts anderes macht auch Strecken. Ich werde jetzt noch einmal zurückgehen und den Streckenbefehl anwenden und wieder genau diese vier blauen Punkte oder Griffe dieser beiden Objekte markieren, Enter sagen und wieder kann ich mit einem Vektor diese verzerren. Deshalb hat das auch hier so gut funktioniert, denn wenn ich hier alle diese blauen Griffe gemeinsam markieren würde und mit einem Vektor nach links verzerre, dann folgen eben alle mit. Bis auf die Blöcke, zum Beispiel diese Badewanne, die hat ja nur einen Griff und wenn ich diesen nehme, dann wird die Badewanne nicht gezerrt, sondern verschoben. Hingegen werden Linien wie diese Linie zum Beispiel auch gezerrt und werden durch diesen Griff einfach länger. Wenn man das weiß, kann man mit dem Streckenbefehl wirklich schnelle Varianten von Konstruktionen erstellen oder auch Korrekturen durchführen.